Es ist endlich soweit, Nintendo hat die Nintendo Direct angekündigt und zwar für morgen 14.09. Los geht um 16 Uhr und wenn das alles bei mir von der Arbeit passt, dann werde ich das ganze auch auf Twitch streamen und wir schauen uns einfach mal an, was Nintendo uns für 40 Minuten vorbereitet hat. Heute geht es darum um Prediction, was sehen wir? Es gab schon einige Leaker, die etwas dazu gesagt haben und daher habe ich mal ein paar Dinge reingenommen, für die ich realistisch halte, sagen wir es mal so. Und natürlich wird da nicht alles kommen von dem, was ich hier sage und ich denke auch, es wird wahrscheinlich nicht die beste Direct, die wir jemals hatten. Und ja, deswegen gibt es hier meine Vorstellung von den Games, die ich mir vorstellen kann, die reinkommen. Mich interessiert aber auch eure Meinung, deswegen schreibt es mir unten gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was sehen wir, was sehen wir halt nicht. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel dürfte wohl keine Überraschung sein, denn ich denke, wir werden neue Informationen zu Super Mario RPG erhalten. Das kommt ja am 17.11. dieses Jahres und ist ja das Remake des SNES-Klassikers. Aber es sind natürlich auch einige Sachen wahrscheinlich überarbeitet worden und vielleicht werden wir da noch so ein bisschen in die neuen Spielmechaniken und neuen Sounds sind es ja dabei und hat ja so einen knuffeligen Grafikstil, wie ich finde. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Game und wir haben ja noch zwei Mario Games dieses Jahr oder vielleicht auch mehr, wer weiß, was da kommt. Und ja, das ist sicherlich relativ offensichtlich, dass wir da in dieser Direct etwas sehen werden. Ähnlich denke ich, werden wir was von Prinzessin Peach sehen, denn bisher wissen wir nur, dass sie ein eigenes Spiel bekommen wird. Und glaubt man dem Lika Pioro, der ja schon in den letzten Direct so ein bisschen richtig lag, viel richtig lag. Also auf jeden Fall irgendwelche Informationen hat, die wir nicht kennen. Denn er hatte auf Japanisch geschrieben, endlich ist Prinzessin Peach Showtime. Das heißt, vielleicht wird ja auch endlich der Spielname released, so wie ein Release-Datum. Denn bisher wissen wir nur, dass sie ein Spiel erhält und nicht, worum es ganz genau geht, was es für eine Art des Games ist und auch noch nicht den Namen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir das in dieser Direct auch sehen werden. Dann das nächste Spiel wurde ja auch auf der letzten Direct, meine ich, vorgestellt. Und zwar war das ja WarioWare Move It, das ja am 3.11. dieses Jahr erscheint. Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich nicht der größte WarioWare-Fan bin. Ich habe mir das damals geholt für die Twitch-Streams, die waren ganz cool. Einfach so Minigames dafür und deswegen, ja, es kommt am 3.11. Werden wir sicherlich auch noch ein bisschen was von sehen. Ist jetzt aber auch kein Titel, auf den ich unbedingt warte. Gleiches verhält sich das auch, zumindest ist es bei mir, bekommen wir ja ein Meister-Dativ-Pikachu kehrt zurück. Das erscheint am 6.10., wenn mich nicht alles täuscht. Und ich bin kein großer Fan von Meister-Dativ-Pikachu und einige haben sich da sicherlich gefreut oder freuen sich auch, dass sie so ein neues Spiel erhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das relativ egal. Aber auch hier naheliegend, dass wir in der Direct eben was Neues dazu sehen werden. Noch was Naheliegendes, zumindest denke ich das, weil wir auch von dem Spiel schon wissen, aber auch noch nicht viel mehr. Denn wir wissen ja, Luigi's Mansion 2 bekommt ein Remaster für die Nintendo Switch. Auch dort nicht viel Information, gar nicht auch, wenn es released wird, gehe ich mal von aus, dass wir zumindest wissen, welches Jahr. Vielleicht gibt es ja auch den Shadow Drop des Todes und wir können es direkt im Anschluss der Nintendo Direct herunterladen. Wer weiß das schon. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielleicht kommt ja noch der erste Teil von Luigi's Mansion, wer weiß. Wobei das dann wahrscheinlich auch gesagt hätten. Aber ich denke mal, dass wir zumindest wissen, wann wir es bekommen. Und vielleicht ist es ja schon fertig und wir können es direkt nach der Direct spielen. Ja, Splatoon 3, DLC, zweite Welle, wissen wir auch noch nicht wahnsinnig viel, außer dass Ruf zu Ordnung heißt. Und alles so super schwarz-weiß ist, also wirklich ohne Farben. Und ich denke mal, dass wir zu der zweiten Welle auch Informationen erhalten werden. Ist auf jeden Fall relativ naheliegend, würde ich mal sagen. Vielleicht müssen wir ja die ganze Stadt dann da neu einfärben oder wie auch immer. Ich muss gerade sagen, ich habe am Anfang Splatoon 3 gespielt. Ich habe mir den Erweiterungspass auch nicht geholt. Ich werde ihn mir wahrscheinlich nicht erholen, außer dass es jetzt ein sehr cooler DLC ist. Also die zweite Welle zumindest. Und ja, die erste Welle wurde ja released Ende Februar, glaube ich. War jetzt nicht so meins. Und aktuell spiele ich es auch gar nicht mehr. Aber auch hier kriegen wir sicherlich Informationen. Ja, dann ist das Ende von Mario Kart eingeleitet. Denn wie wir alle wissen, kommt noch die sechste Welle. Die Ende des Jahres 2023. Dann hört es ja auf. Wird wahrscheinlich irgendwann im Winter erscheinen. September, dann haben wir noch Oktober, November, Dezember. Ich denke mal, dass es Sinn macht von Nintendo jetzt hier auch noch die sechste Welle vorzustellen. Und sagen, okay, kommt dann eben im November oder wann auch immer. Ich gehe immer davon aus, dass es irgendwann eher Richtung Weihnachten released wird. Die neue Welle. Vielleicht noch ein paar neue Charaktere. Und wann dann war es das auch mit der, ja, mit der Erweiterung von Mario Kart. Denn ich denke mal, dass wir dann irgendwann, wenn wir nächstes Jahr eine neue Konsole sehen werden, auch ein neues Mario Kart erhalten werden. Wo ich mir nicht so sicher bin, aber es vielleicht auch Sinn macht, weil wir natürlich Nintendo kennen und wissen, dass die super gerne Wii U-Spiele portieren. Und ich weiß gar nicht, welche Spiele wir nicht mehr auf der Switch haben. Eins fällt mir ein. Und zwar Xenoblade Chronicle X. Natürlich, wir haben immer eigentlich was in jeder Direct für irgendwelche JRPG-Fans dabei. Und das ist eben halt noch irgendwie so ein Port, der fehlt von der Wii U. Es könnte natürlich auch noch sein, ein neues Fire Emblem. Obwohl wir natürlich Anfang des Jahres ein Fire Emblem engaged bekommen haben. Auch das halte ich nicht für unmöglich. Aber ich denke, am wahrscheinlichsten, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Xenoblade Chronicle X nehmen. Wobei ich hier geringe Chancen mal einräume, dass das in der Direct kommt. Und dann gibt es aber noch neue Informationen. Wir wissen ja, dass wir am 13.10. glaube ich, bekommen wir ja die Batman Arkham Trilogie auf die Switch. Wo ich mich mega drauf freue. Gab es ja auch schon Ewigkeiten Gerüchten. Und wir wissen ja seit der letzten Direct, dass es jetzt endlich erscheint. Jetzt gab es allerdings für Gotham Knights eine Alterseinstufung der amerikanischen ESRW. Und die eben auch für die Nintendo Switch oder auf die Nintendo Switch hinaus deutet. Wobei das ja ein bisschen merkwürdig ist, weil Warner Bros. ja gesagt hat, dass die Gotham Knights nur für die aktuellen Konsolengenerationen veröffentlichen. Aber wer weiß, was hier passiert. Vielleicht kommt es ja auch, dass es 2024 kommt. Vielleicht ist es ja dann eben für die neuen Konsolengenerationen auch für die neue Switch. Wer weiß es schon. Aber auf jeden Fall das Rating lässt dazu schließen, dass es irgendwie auch vielleicht für die Switch erscheinen könnte. Dann auch ein Spiel, wo, das ist nicht bestätigt, aber wie auch hier, Pioro hat hier so ein bisschen seine Hände ins Spiel. Und wir haben ja schon häufiger gesagt, dass F-Zero eigentlich irgendwie ein Franchise ist, was ein bisschen Vergessenheit geraten ist von Nintendo. Und ja, am wahrscheinlichsten halte ich irgendwie so ein Remake vom F-Zero GX oder Remastered oder wie auch immer oder ein ganz neues Game. Auf jeden Fall scheint irgendetwas F-Zero-mäßiges zu kommen, wo ich mich wirklich mega darauf freue. So ein futuristisches Rennspiel und auch im Multiplayer, dass dann eben Mario Kart, wie auch sechste Welle, ist dann zu Ende. Und vielleicht haben wir dann ein sehr, sehr cooles neues Rennspiel. Wie gesagt, halte ich auch sehr, sehr wahrscheinlich, weil wie gesagt, aufgrund dessen, dass der League of Pioro in den letzten Directs halt sehr, sehr richtig lag, auch mit Everybody, 1, 2, Switch oder sonstiges. Ja, das scheint zumindest zu stimmen, sagen wir mal so. Wir werden es natürlich erst nach der Direct sehen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich. Ich halte dann persönlich auch noch sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir irgendwas von Metroid Prime 2 Echos sehen werden, denn Metroid Prime Remastered ist ja eingeschlagen wie eine Bombe und man hat ja auch schon häufiger gehört, dass eben Metroid Prime 2 und eventuell auch 3 auch für die Switch kommen sollen. Und auch hier könnte ich mir vorstellen, dass Nintendo das ankündigt und in Art eines Shadow Drops downloadt und vielleicht später dann erst wieder die physische Version zur Verfügung stellt, so wie es ja bei dem ersten Teil im Prinzip auch war. Da hatten wir auch den Shadow Drop im Prinzip in der Direct, konnten es direkt spielen und dann kam irgendwie ein oder zwei Monate später, kam dann die physische Version hinterher, macht Nintendo ja mittlerweile bei einigen Spielen häufig, hatten wir schon häufiger mal und daher glaube ich, dass da auch was passieren wird. Dann habe ich was randommäßiges reingenommen. Ich wünschte mir, dass das vielleicht kommt und zwar geht es um Hollow Knight-Zilg-Song. Ich meine, wir wissen, dass es für die Switch kommt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht auf der Indie-Direct vorgestellt wird, weil Hollow Knight generell für die Switch ein sehr guter Erfolg war und ich denke mir eher, sowas kommt jetzt in die richtige Direct. Aber irgendwie ist dieses Zilg-Song in jeder Direct-Prediction mit drin, deswegen habe ich es auch hier mit reingenommen. Meine Hoffnungen schwinden langsam, aber irgendwann, irgendwann müssen wir das mal sehen, vielleicht und ich hoffe, ich drücke uns die Daumen Hollow Knight-Zilg-Song, dass wir da was sehen werden. Nintendo Online-Service, denke ich auch, dass wir vielleicht was sehen könnten zu neuen N64-Games. Ich denke nicht, dass wir einen neuen Emulator sehen werden, weil das haben wir ja erst letztens bekommen mit dem N64 und den Game Boy und Game Boy Advance. Von daher denke ich nicht, dass da was kommen wird, aber gegebenenfalls werden eben halt neue Game Boy Advance-Spiele vorgestellt oder sowas, um eben dann die Präsentation am Ende des Tages auch zu füllen. So, dann kommen wir nochmal zu dem guten Lika Piero, der ja auch was zu Donkey Kong gesagt hat, aber das eher darauf hindeuten könnte, dass wir nicht ein neues Donkey Kong Country sehen werden, weil er dazu auch irgendwie ein Tweet gemacht hat, wenn das nicht richtig ist, löscht deinen Account, also er weiß da ein bisschen mehr und hat dann eine Szene aus Mario vs. Donkey Kong von dem Mario-Film gezeigt, was darauf schließen könnte, dass wir eher ein Mario vs. Donkey Kong sehen werden. Das wäre richtig so Nintendo-like, also das sehe ich richtig, ja, also ich hätte natürlich gerne, dass Nintendo das schließt mit einem neuen Donkey Kong Country oder 2,5D, 3D-Plattformen oder was auch immer. Ich muss gestehen, ja, die größere Wahrscheinlichkeit sehe ich dann bei Mario vs. Donkey Kong, was schade wäre, aber gut, was sollen wir machen? Wir werden es dann sehen, wenn die direkt gelaufen ist. Und jetzt kommen wir so zu dem Ending, was könnte am Ende der Präsentation von Nintendo Direct sein? Und da fallen mir eigentlich zwei Dinge ein. Die eine finde ich sehr, sehr cool, das andere, naja, aber auf jeden Fall Metroid Prime 4. Es könnte natürlich sein, dass wir zum ersten Mal was von Metroid Prime 4 seit Ewigkeiten, also das heißt, wir haben noch nie was gesehen, außer den Startscreen, dann wurde es wieder neu gemacht und so, also wir haben noch gar nichts dazu gesehen. Ich denke allerdings, dass Metroid Prime 4 eben ein Spiel für die neue Konsolengeneration von Nintendo sein wird und nicht mehr für die aktuelle Switch erscheint und man vielleicht eben darauf verzichtet, aufgrund dessen, dass man, aufgrund von Grafik, was auch immer, dass die Leute sagen, hey, das wird doch nicht auf der neuen Switch laufen und dann die Spekulationen weitergehen, könnte dann natürlich Nintendo trotzdem machen, um das eben auch anzuheizen. Ich weiß es nicht, aber Metroid Prime 4, wir haben so lange nichts gesehen, möglich wäre es ja, vielleicht erscheint es ja sogar für die Switch und für die neue Konsolengeneration, wie damals auch mit Breath of the Wild, für die Wii U und für die Nintendo Switch, wer weiß es schon. Am wahrscheinlichsten halte ich persönlich ein neues Sportspiel und was würde sich da besser anbieten als Mario Baseball? Ich weiß, Mario Baseball war schon meine letzte Prediction von der letzten Direct. Ich habe es hier wieder mit reingenommen, weil ich irgendwie so ein Gefühl habe, dass Nintendo noch ein Sportspiel veröffentlichen möchte und Mario Superstars Baseball war ja da auf dem Gamecube. Ich meine, die letzten Sportspiele von Nintendo, seien wir mal ehrlich, waren alle Mist. Die waren nie vollständig und wahrscheinlich wäre es mit Mario Baseball auch gleich und von daher würde ich mal vorstellen, also ich würde mich, wenn ich mich zwischen Metroid Prime 4 und Mario Baseball entscheiden müsste, sage ich, wir sehen zum Schluss der Direct Mario Baseball. Was wir auf gar keinen Fall sehen werden, in meinen Augen, ist die neue Nintendo Switch Konsole. Jetzt am 6. Oktober kommt noch erst die neue, super wunderschöne, rote Mario OLED raus. Ich glaube, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, die neue Konsole anzukündigen. Also dafür, das glaube ich nicht. Wenn, das würde mich mega überraschen, aber das denke ich eher weniger. Da könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben und ich hoffe, wir sehen eine gute Direct. Ich glaube nicht, dass wir super, super hyped sein sollten, aber wir dürfen uns freuen. Ich hoffe, wir sehen uns dann auf Twitch. Gerne eure Meinung, eure Prediction unten in die Kommentare und dann schauen wir mal.